Doris Schmidauer ist Politikwissenschaftlerin. Sie war zunächst parlamentarische Mitarbeiterin und später bis 2018 die Geschäftsführerin des Parlamentsklubs der Grünen. Aktuell ist sie als Unternehmensberaterin tätig. Zudem wurde die Initiative Digitalisierung chancengerecht auf ihre Anregung hin gegründet. Was zur Gründung dieser Initiative geführt hat, welche Ziele sie verfolgt und welche Erfahrungen die Initiative seit ihrem Bestehen bereits sammeln konnte, das präsentiert uns Doris Schmidauer im nächsten Video. Sie fordert mehr Bewusstsein für die Problematiken der Digitalisierung. Eine chancengerechtere digitale Welt braucht Informationsaustausch und Zusammenarbeit. Und Doris Schmidauer macht klar, je mehr mit an Bord sind, desto besser. Sie wundern sich vielleicht, warum gerade ich mich mit dem Thema Digitalisierung befasse und gerade ich Ihnen heute etwas darüber erzähle. Ich habe meine Uni-Arbeiten inklusive meiner Diplomarbeit noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Eine orangefarbene Olympus. Mein zweifällige Fehler wurden seinerzeit noch mit Tippex ausgebessert. Von Digitalisierung war noch lange keine Rede. Kurzum, ich bin keine Digital Native. Aber natürlich spüren wir heute allesamt die Veränderungen infolge der Digitalisierung. Und auch an mir ist diese Entwicklung nicht spurlos vorübergegangen. Frauen spüren diese Veränderungen mehr als Männer. Und zwar ganz klar zu ihrem Nachteil. Der UNESCO-Bericht mit dem Titel «At Blas if I Could», der im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, beleuchtet das im Detail. Bei der Lektüre dachte ich mir, das gibt es doch nicht, dass diese große, chancenreiche, gesellschaftliche und technologische Veränderung im Gange und einmal mehr ziehen die Frauen den Kürzeren. Ingrid Brodnig, die bekannte Autorin, Journalistin und ausgewiesene Expertin im Bereich der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, brachte bei einem Vortrag anlässlich des Internationalen Frauentags 2021 ein gutes Beispiel dafür. Es geht um Sprachassistenzen. Man spricht mit Alexa, wenn man die Musik lauter drehen möchte, und man fragt Siri nach dem kürzesten Weg in die Innenstadt. Ich bin mir sicher, Sie alle kennen diese Form der digitalen Eingabehilfe. Aber fällt Ihnen etwas auf? Die meisten Sprachassistenten sind Sprachassistentinnen, haben einen weiblichen Namen, weibliche Stimmen und erfüllen auch sonst alle möglichen weiblichen Rollenklischees. Das zeigt, wie tradierte Geschlechterrollen in Technik einprogrammiert werden. In einer Auswertung wurde getestet, wie Sprachassistentinnen auf anzügliche bis obszöne Sprache reagieren. Und was kam heraus? Dass die männlichen Avancen und Belästigungen tolerant und teilweise sogar einladend gegenüberstehen. Hier wurde eine Gender-Schieflage aus der echten Welt in Technik regelrecht einprogrammiert. Sprachassistenzsysteme verstehen Stimmen von Frauen auch schlechter. Eine Ursache könnte sein, dass sie als künstliche Intelligenz vor allem mit Audioaufnahmen von Männern trainiert werden. Oder aber auch, dass in den Entwicklungsabteilungen überwiegend Männer arbeiten. Dieses Beispiel mit den Sprachassistenzen ist nur eines von vielen für digitale Ungleichheit. Es zeigt, wir müssen dringend etwas tun. Und genau das war auch der Stein des Anstoßes für die Gründung der IDC, der Initiative Digitalisierung Chancengericht. Digitale Technologien durchdringen mittlerweile alle Lebens-, Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche auf dieser Welt und haben bereits viele Erleichterungen ermöglicht. Zum Beispiel neue Kommunikationsfirmen, barrierefreie Eingabehilfen, neue Arten zu arbeiten und zu lernen. Die digitale Transformation birgt unendlich viele Chancen. Aber sie hat eben auch ihre Tücken. Digitale Technologien können gesellschaftliche Ungleichheiten verstärken. Durch die Art, wie sie gestaltet sind, wie das Beispiel mit den Sprachassistenten zeigt. Oder dadurch, dass sie jede bzw. jeder unterschiedlich nützt. Man muss auch beachten, nicht alle haben den gleichen Zugang zur Digitalisierung. Unterschiedliche Altersstufen sind auf unterschiedliche Weise betroffen. Die Digitalisierung ist eine generationenübergreifende Herausforderung. Für die älteren Semester gibt es zum Beispiel die rein technische Hürde. So machen zum Beispiel die PCR-Tests, die Sie als Studierende sicher alle mit geschlossenen Augen am Handy durchführen können, vielen älteren Menschen große Schwierigkeiten, da sie in der Anwendung einfach nicht zu Hause sind. Der digitale Raum muss allen die gleichen Chancen auf eine faire Teilhabe bieten. Alt oder jung, Frau oder Mann. Gender Gaps kennen wir ja leider aus mehreren Bereichen. Zum Beispiel bei der Entlohnung und in Folge bei den Pensionen. Und genau dieser Gender Gap spiegelt sich auch in der digitalen Welt wieder. Beispielsweise liegt der Anteil weiblicher Informatikabsolventinnen in Österreich bei rund 15 Prozent und damit unter dem EU-Durchschnitt. Laut der OECD ist international nur jedes vierzehnte Patent im Bereich neuer Informations- und Kommunikationstechnologien im Besitz einer Frau. Und im wissenschaftlichen Bereich Machine Learning sind nur rund zwölf Prozent des Forschungspersonals weiblich. Nur, wie kommt es dazu? Eine wichtige Rolle spielt dabei die häufige schlechtspezifische Förderung von Kindern und Jugendlichen. Und die damit verbundenen Unterschiede in der Selbsteinschätzung von Mädchen und Buben in Bezug auf ihre eigenen Kompetenzen für die Zukunft. Insbesondere in den MINT-Bereichen. Gemeint Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dieses Manko an digitalen Fähigkeiten, aber auch die zu geringe Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen benachteiligen Frauen signifikant in der Teilhabe an der Entwicklung von Technologien und verringern damit ihre Chancen am Arbeitsmarkt sowie im sozialen, kulturellen und politischen Leben. Um das zu ändern, habe ich mich mit Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengetan und im Juni 2021 die Initiative Digitalisierung chancengerecht gegründet. Das Ziel der Initiative Digitalisierung chancengerecht ist, dass Österreich die Chancen der Digitalisierung stärker nutzt und diese im Fokus auf Chancengerechtigkeit ausrichtet. Eine der wesentlichen Schlussfolgerungen des UNESCO-Berichts ist, dass Entwicklungen Stereotyper-Technologien nur dann effektiv verhindert werden können, wenn Frauen und Mädchen bereits in der Entwicklung dieser Technologien maßgeblich und frühzeitig mit einbezogen werden. Und zwar nicht nur als potenzielle Nutzerinnen, sondern auch als Expertinnen und Entwicklerinnen. Das digitale Selbstbewusstsein von Frauen und Mädchen muss gestärkt und ihre vorhandenen Kompetenzen genutzt werden. Im UNESCO-Bericht wurden aufbauend auf dieser Analyse insgesamt 15 Empfehlungen entwickelt, um den Gender Gap im digitalen Bereich zu schließen. Diese Empfehlungen reichen vom Erwerb digitaler Skills in der primären Schulbildung über kollaborative Learn Settings für Mädchen bis hin zu finanziellen Ressourcen durch den Staat, um Projekte zu fördern, die den digitalen Gender Gap schließen. Unser gemeinsames Anliegen, aber auch die dringende Aufforderung an die Gesellschaft ist, dass die Ergebnisse dieses UNESCO-Berichts mit seinen sehr konkreten Empfehlungen bewusst gemacht, diskutiert, weiterentwickelt und vor allem in die Realität umgesetzt werden. Seit dem Kick-Off unserer Initiative im Juni 2021 haben wir schon unterschiedlichste Veranstaltungen mit Expertinnen aus Wirtschaft, Politik, Bildung, Gesundheit, Kultur und Medien zu den Vorschlagen der UNESCO organisiert. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass sich rund um diese Initiative Projekte entwickelt haben. Eines davon ist She Goes Digital. Hier erhalten Mädchen und Frauen die Möglichkeit, unterschiedlichste Unternehmen und Institutionen zu besuchen, um einen praxisnahen Einblick in das Themengebiet der Digitalisierung zu erhalten. Mit diesem Projekt möchten wir digitale Berufe für Mädchen und Frauen attraktiver machen und deren Vielfältigkeit sowie neue Berufsmöglichkeiten für die Zukunft aufzeigen. Aus all diesen bisherigen Projekten und vielen, vielen Diskussionen haben wir schon einiges gelernt und viel erfahren. Und man merkt, es bildet sich immer mehr ein Bewusstsein für die Problematiken der Digitalisierung. Was haben wir gelernt? Erstens, es braucht Role Models, insbesondere in Österreich. Sie schaffen Orientierungshilfe und Anreize für junge Mädchen und Frauen. Ein ganz entscheidender Hebel für positive Veränderungen ist ein stärkeres Selbstvertrauen von Frauen. Wir müssen auf Potenziale schauen und nicht auf vermeintliche Defizite. Für alle Mädchen und Frauen darf das Interesse für den MINT-Bereich nicht immer gleich in Frage gestellt werden. Sätze wie, bist du dir sicher, dass du das willst, dass du das schaffst, das ist doch alles viel zu schwer für dich, sind weder hilfreich noch gut gemeint. Wir müssen zusammenhalten und einen sicheren Raum schaffen. Eine junge Frau, die an dem Projekt Shigos Digital teilgenommen hat, erzählte, dass sie so froh war, dabei sein zu können, dass sie wahrscheinlich nicht teilgenommen hätte, wenn sie als Frau alleine die einzige unter Männern gewesen wäre. Wir müssen in den Kindergärten beginnen und bei den Schulen fortsetzen. Lehrerinnen und Lehrer muss Gender-Kompetenz mitgegeben werden. An den Schulen, an den FHs, an den Universitäten und allen anderen Weiterbildungseinrichtungen. Des Weiteren braucht es neue Schulmodelle, dauerhafte Kooperationen in der Bildungslandschaft durch strukturierte Programme entlang der gesamten Bildungskette. Wie gelingt das? Die Förderung von Chancengleichheit und sozialer Mobilität muss Teil der pädagogischen Leitlinien und des sogenannten Schulprogramms im Rahmen des Qualitätsmanagements sein. Ein wunderbares Vorzeigebeispiel dazu durfte ich bei unserem letzten Roundtable in den Hertha-Vierenberg-Schulen für Wirtschaft und Tourismus in Wien kennenlernen. Seit über zehn Jahren arbeiten die Hertha-Vierenberg-Schulen im Ausbildungszweig Kommunikations- und Mediendesign sehr erfolgreich im Rahmen einer echten Bildungskooperation mit der Fachhochschule Technik um Wien zusammen. Ziel ist es, die Technik zu den Mädchen zu bringen. In die traditionell von Mädchen besuchte Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Fokus auf Allgemeinbildung, Sprachen und Wirtschaft wird ein MINT-Schwerpunkt mit IT, Programmierung, Webdesign, Netzwerktechnik und Naturwissenschaften, hier vor allem Physik, integriert. Dabei verbringen die Schülerinnen und Schüler fünf Jahre lang einen Tag pro Woche an der FH Technikum Wien. Hier werden sie von Hochschullehrkräften im Team mit den Lehrerinnen der Hertha-Vierenberg-Schulen unterrichtet und profitieren als Studierende der FH Technikum Wien von den Ressourcen der Hochschule, wie Infrastruktur, Anschluss an Forschungsprojekte für die eigene Diplomarbeit und vieles mehr. Diese langjährige echte Sozialisation in den MINT-Fächern auf Hochschulniveau fördert das Interesse der jungen Frauen und baut Hürden zum Studieneinstieg in den MINT-Bereich ab. Dieses Konzept könnte natürlich als Modell von vielen anderen Schulen übernommen werden und soll hier wirklich auch als Role Model dienen. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, zivilgesellschaftliches Engagement, Eigeninitiative, Mut und Empathie sind wesentliche Triebfedern für eine positive Veränderung unserer Gesellschaft. Es braucht hier einen Kulturwandel. Wir dürfen uns nicht alleine auf die Politik verlassen. Es liegt an unserer eigenen Verantwortung, etwas zu ändern. Jeder und jede kann im eigenen Umfeld etwas tun. Auch Sie alle. Je mehr mit an Bord kommen, desto schneller sind wir am Ziel. Unsere Vision ist, dass unsere Bündnispartnerinnen sich durch Information und Zusammenarbeit gegenseitig unterstützen, in ihren eigenen Netzwerken Initiativen setzen und so ein Feuerwerk an Aktivitäten in allen gesellschaftlichen Bereichen entfachen. So können wir gemeinsam in unserem jeweiligen Wirkungsbereich und individuellen Möglichkeiten wichtige Schritte zur Chancengerechtigkeit setzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.